Die Wüstensylfen haben die Melodie als Zeichen gesendet und warten nun am Tor auf die Rückkehr der Verlorengeglaubten. Als sich die Prinzessinnen dem Tor nähern, sehen sie von Weitem, wie die Sylfen ihnen wild gestikulierend Zeichen geben und sie zur Eile auffordern. Niemand hat bemerkt, dass sich düstere Wolkenberge vor den Mond schieben. Wie aus dem Nichts entstehen plötzlich kreisende Windwirbel, die den Wüstensand wie tosende Gischt über die Dünen treiben. Ob sie den Weg noch schaffen können? Das Tor beginnt bereits sich zu verschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017